bevor die news hier gleich losgehen ja habe ich noch eine kleine anmerkung und zwar wie ihr sicherlich schon festgestellt habt ist unser aktuelles öpnv video ja offline genommen worden deutsches ich jetzt nochmal bearbeite und nochmal neu hochlade also dieses video was ihr jetzt seht gerade wir werden hier über ein thema sprechen ich lasse das thema nämlich drin wird das bild aber nicht zeigt worüber wir reden das bild ich muss das ganze austauschen wegen eines copyrights also wundert euch deshalb nicht dass das ganze ja jetzt ein bisschen anders alles aussieht und wir über ein bild sprechen was gar nicht vorhanden ist was ihr so aktuell gar nicht seht das thema bleibt aber weiterhin das gleiche da hat sich nichts geändert und von daher wünsche ich euch jetzt viel spaß mit den news und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öpnv simulation ich bin der bio begrüßt euch ganz herzlich freue mich dass ihr einschaltet hier zu den öpnv news schön dass ihr wieder einschaltet in der letzten folge hat es gesagt dass falls natürlich neuigkeiten noch kommen ich dieses ganze dementsprechend nachholen werde hier ist das video und wir legen auch direkt los tml studios fängt an das obere mittelrheintal ist seit juni 2002 teile der unesco weltkulturerbes für ihre einzigartige kombination aus geologischen historischen kulturellen und industriellen merkmale jetzt ist dieses gebiet auch im fernbussobelator verfügbar und du kannst die kurvenreiche strecke entlang des rhein zwischen den neuen städten rödesheim und koblenz erkunden das ganze findet ihr auf steam einfach nur aktivieren und schon könnte das ganze dementsprechend runterladen durch den fehler bei der freischaltung kann der dlc frankreich jetzt schon gekauft werden der dlc wird dann leider bei den meisten noch unperformant und noch nicht fertig gepolisht sein kauf ist hier also auf eigener gefahr zitat wir entschuldigen uns vielmehr und bitten um verständnis das war so nicht geplant und wir werden die nächsten stunden tage wochen damit verbringen das ganze auf vordermann zu bringen gleiches gilt für den kostenlosen dlc oberes rheintal der allerdings im wesentlich besserer verfassung ist und somit gut spielbar sein sollte es tut uns leid dieser dlc fügt das land frankreich der weltkarte des fernbus simulators hinzu und erweitert die gesamte spielwelt des fernbus simulators um mehr als 150 prozent fügt 20 neue städte und 1836 zusätzliche streckenkilometer hinzu das ganze findet ihr auf steam für 24 euro 95 um sie zwei euro wurde angekündigt allerdings ohne weitere infos ein zweites bild kündigt den namen um sie zwei euro 2020 an hierbei weiß man nicht ob es sich hier um ein projektnamen handelt oder um ein release termin sobald es hier neue infos gibt halten wir euch natürlich auf dem laufenden um sie zwei in goldstadt wurde ebenfalls angekündigt bilder sind vorhanden auf der offiziellen homepage hier gibt es als info dass der release in greifbarer nähe ist zu fahrenden linien sind die linien 30 60 in 1 und in fünf von oberhauen statt nach lanting und gerolfing nach ürgezheim engolstadt liegt zentral zwischen den städten nürnberg und münchen und die karte spielt im jahre 2014 ein neues neues projekt wurde angekündigt hierbei handelt es sich um ein neues fahrzeug der berliner flex city auf dem bild zu erkennen ist dass es aktuell noch in der blender phase steckt erkennen kann man das im hintergrund und die karte einheit unter der straßenbahn leute die sich schon mit blende auseinander gesetzt haben erkennen diese sofort wieder diese straßenbahn gerade für lotus auch wurde schon kommentiert dass es sich hierbei um ein freeware produkt handeln wird man sie genau erscheint ist noch nicht bekannt wir werden euch aber dementsprechend auf dem laufenden halten transport fieber 2 hat ein neues video veröffentlicht wird es die fahrzeuge in transport fieber 2 zeigt hier geht es wieder über land wasser und luft ihr entscheidet ob fracht oder passagiere mit dem bus oder dem flugzeug im video erkennt man dass sich viel getan hat im punkt grafik der liebling der wirtschaftssimulation steht also nichts mehr im weg erscheinen soll das ganze noch im jahr 2009 aerosoft zeigt neues ein neues video von ihrem spiel winter resort simulator langsam nimmt unser winter resort simulator form an wir präsentieren heilstein das winter wunderland eurer träume der release rückt immer näher und bald gibt es noch mehr infos also bleibt gespannt leider muss ich sagen dass was man hier so aktuell auf dem video erkennt ist dass das geruckel mehr ist als das spiel selbst man wartet natürlich noch auf neue infos hier wenn natürlich da dementsprechend mehr infos dazu gibt werden wir euch dementsprechend hier auf dem laufenden halten aber so wie das video gerade läuft so so wie das geruckelt ist ist da glaube ich noch ein bisschen arbeit vonnöten die weltweit bekannten fahrzeuge und geräte der marke klas inklusive inklusive mein gott des lexion 8100 des jaguar 960 tt und des xerion 5000 gesellen und sich zu den großen namen der industrie john deere case ih new holland challenger fand messer ferguson waltra und viele weiteren die neuen inhalte erweitern das spielerlebnis enorm durch zusätzliche abwechslung bei den vielfältigen alltags aufgaben eines virtuellen landwirts mit den zusätzlichen glas modellen steigt die gesamtzahl der fahrzeuge und des equipments somit auf über 380 und bietet fans der reihe zahlreiche arten der landwirtschaft vielzucht forstwirtschaft ernte und vieles mehr der spieler kann seine pferde auf zwei weitläufigen karten ausreiten und all das gemeinsam mit seinen freunden im multiplayer leben oder das spiel wie gewohnt mit modifikationen erweitern der landwirtschaft simulater 19 platinum edition und das platinum ändern erscheinen jeweils am 22 oktober 2019 die platinum edition wird für playstation 4 xbox one und pc im einzelhandel und digital erhältlich sein das platinum addon für pc wird ebenfalls im einzelhandel erhältlich sein aerosoft der paderborn publisher und entwickler für simulationstitel gibt seine zusammenarbeit mit dem hardware hersteller real sim gear bekannt das us-unternehmen hat sich auf die herstellung und den vertrieb von cockpit instrumenten der firma garmin und peripherie für flugsimulation hauptsächlich im ausbildung und gamingbereich spezialisiert neben den produkten von honey kommt vr inside und rail driver vertreibt aerosoft damit nun auch alle produktlinien von real sim gear exklusiv in europa dem mittleren osten und afrika dazu zählen vor allem alle gps steuergeräte und audio panels welche detailgetreu von pendants aus echten flugzeugen entsprechend das equipment kann für aktuelle flugsimulatoren wie den microsoft flugsimulator xxpn 11 oder brieb per 3d verwendet werden und damit nähern wir uns jetzt auch dem ende der news eine sache haben wir noch und zwar hatte ich das ja gesagt gehabt wir haben ein bild bekommen von unserem gewinnspiel vielen vielen dank hier für dieses bild an kathleen und vincent das sind die gewinner gewesen für unser kleines gewinnspiel mit den fanartikeln von unserem lotus simulator und als dankeschön gab es hier ein kleines bild wie gesagt hier noch mal offiziellen video noch mal herzlichen herzlichen glückwunsch und es war toll gewesen es werde ich zukünftig wahrscheinlich jetzt immer mal machen dass wir mal so eine gewinnspiele jetzt hier mal auch mal noch mal zeigen vielleicht noch mal als dankeschön oder so irgendwie werden wir mal gucken dass wir das ganze dementsprechend noch ein bisschen mehr ausbauen was das gewinnspiel hier auf jeden fall auf öpnv simulation angeht aber ich wünsche natürlich alles alles liebe hoffentlich bist du beim nächsten mal wieder mit dabei und damit endet die news jetzt ist ja doch schon relativ lang geworden holy mensch ich bin dann überlegen ob ich das ganze wirklich einfach mal zum schluss einfach noch mal so einblende wie oft ich hier so eine fails drin habe wie oft ich mich verspreche wie oft ich das ganze ich glaube das könnte ganz witzig rüberkommen aber wahrscheinlich ist das sehen anders als wie wenn man es hört und von daher ist wahrscheinlich nicht mehr witzig und außerdem würde ich fast vermuten denn da könnte das video schon fast ab 18 sein dass durch das ganze gefuche und alles was aber es ist einfach ich glaube ich sitze hier das dreißigste oder fützigste mal dran wie oft ich das ganze aufnehme weil ich mich irgendwo immer verplapper oder verlese oder sonst irgendwas ach ihr könnt ja gerne mal in die kommentare schreiben würde euch sowas interessieren dann muss ich das ganze immer noch am ende des videos hier eventuell ranhängen aber sonst war es erst mal für diese news es tut mir leid dass es wie gesagt heute am dienstag jetzt erst erscheint wir sind am montag relativ spät nach hause gekommen ich habe das ja nicht mehr geschafft das ganze alles dann noch vorzubereiten und dementsprechend dann hier hochzuladen deswegen das ganze halt also auf ja heute verschoben auf den dienstag aber die nächste news sollte dann hoffentlich dann wieder am sonntag dann kommen so wie sie es denn halt ja wie es halt gewohnt ist und von daher verabschiede ich mich hier bedanke mich natürlich dass ihr dabei war tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten mal tschüss 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 Vielen Dank.